Hallo, ich bin Liana, bin 11 Jahre alt, komme aus der Nähe von Hannover. Mein erstes Testshooting hatte ich vor ein paar Monaten in Hildesheim. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, zu posen und auch allgemein vor der Kamera zu stehen. Ich würde mich sehr über Anfragen freuen. Ciao!